Was findest du, kann deine Schule besser machen? Dass freundliche Lehrer da mehr sind. Ich hab so viel Ärger, ich weiß nicht wieso. Immer dieses N-Wort und ich weine auf dem Klo. Ich fühle mich gemobbt, ich krieg so viel Frust. Dazu kein warmes Wasser und die Heizung ist kaputt. Mama, hole mich hier raus. Ich war grad im Krankenhaus. Ärger gibt's, wenn ich mich weh. Mama, komm ganz dringend her. Unterstützung von euch, mehr Motivation. Die Schule braucht Ressourcen und Innovation. Komm, wir sagen einfach, wir schaffen das schon. Selbstbewusstsein schenke, emotionale Bildung. Unterstützung von euch, mehr Motivation. Die Schule braucht Ressourcen und Innovation. Komm, wir sagen einfach, wir schaffen das schon. Selbstbewusstsein schenke, emotionale Bildung. Ja, 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 ja. Könnt ihr uns zuhören und uns wirklich verstehen? Unsere Sprachen, unsere Realität. Habt ihr ne Ahnung, wie es uns vergeht? Nehmt uns nicht unsere Identität. Wir sind die Zukunft, jetzt muss sich etwas drehen. Es ist nie zu spät für Diversität. Meine Familie setzt sich ein für mich. Liebe Schule, lasst uns nicht im Stich. Mama, hole mich hier raus. Ich war grad im Krankenhaus. Ärger gibt's, wenn ich mich weh. Mama, komm ganz dringend her. Unterstützung von euch, mehr Motivation. Die Schule braucht Ressourcen und Innovation. Komm, wir sagen einfach, wir schaffen das schon. Selbstbewusstsein schenke, emotionale Bildung. Wir haben gesagt, nein, wir mögen keine Kinder wie dich. Also von den Lehrern wünsch ich mir, dass die halt mehr tun, wenn man ihnen sagt, dass gerade irgendwie sowas passiert ist oder so und nicht einfach das abnicken und nichts machen. Sind Lehrer oft bei dir gerade in der Schule? Ich glaube ja, manche. Ja, in Vertreter. Was findest du, kann deine Schule besser machen? Dass halt mehr Lehrer eingestellt werden, dass es nicht so oft Schluss ist. Also so früh. Ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja, ich bin ja nach der Schule.